Okay, du hast gerade gesagt, die Leute sagen immer, die können gar nichts ändern. Ja genau, die können aber alle was ändern. Die reden sich nur raus. Es ist eine Kleinigkeit, um ganz leicht alles zu verändern. Zum Guten. Ja, aber ich meine, wozu haben wir denn die Politiker, wenn die nichts ändern können und immer sagen, das ist leider alles so festgelegt? Genau, die Politiker brauchen doch nur mal hingehen, direkt zu den Personalleitern, zu den Bossen, der Macher. Und dann klappt das auch. Dann wird das alles mal wieder geändert, ein bisschen billiger geworden. Ja, damit die Leute, die Otto-Normals-Verbraucher, auch wieder mal alle gut sein können. Und leben können. Ja genau, damit das machbar ist. Das ist gut. Oder irgendwie so, geht das noch mal so? Ja, wenn du willst. Hallo Leute. Ey, hallo Leute, ey, wir sitzen alle in einem Boot. Gut, vielen Dank, danke.